Am Alltag mit der Familie beginnen wir verstoppte Gefahren, die uns keiner nicht direkt erkennen. Da sind und den Älteren für die Kinder über das Gefahren abzuklären. Auch im Internet können uns keiner auf versteuernd Inhalter treffen. Über Themen wie Gewalt, Pornografie und Cybermobbing können wir als Älteren mit unseren Kindern schwätzen, was sie so stärken für mit diesen unsicherheiten umzugehen. Weiß doch dir ihre Kanäle, wie sie mit problematischen Inhalter können umzugehen.